Exklusive Stylingprogramme in relaxtem Wohlfühlambiente. Das und manches mehr erwartet Sie im Salon Hairlights & Art in Kriftel. Ein Schwerpunkt des sympathischen Meisterbetriebes ist es, Ihnen nach eingehender Beratung und einer Haaranalyse tolle Frisuren für jeden Anlass aufs edle Haupt zu zaubern. Ein zusätzliches Hairlight sind kreative Kolorationen, die weit um Ihresgleichen suchen. Damit Ihr Look rundum perfekt ist, bietet Ihnen Christina List in Ihrem gemütlichen Salon auch kunstgerechtes Nageldesign und die unterschiedlichsten Kosmetik- und Beautybehandlungen. Sämtliche Anwendungen werden selbstverständlich nur mit erstklassigen Produkten namhafter Hersteller wie etwa L'Oreal und Maluwils durchgeführt. Machen es auch Sie sowie unzählige zufriedene Kunden und Kundinnen aus dem ganzen Main-Taunus-Kreis und begeben Sie sich für Ihren vollkommenen Auftritt in die talentierten Hände des Beauty-Salons Hairlights & Art.